Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Pernas, heute mit einigen statistischen Grundlagen. Okay, also was genau machen wir? Wir machen heute keine Statistik in dem Sinne, dass wir Mats selber berechnen, sondern wir lassen uns das natürlich berechnen. Ich werde die Begriffe hier nicht erklären. Wie gesagt, das ist Thema von einem Statistikkurs oder sowas, den ich gerne machen kann, der aber nicht hier reinpasst, weil Statistik an sich ist groß und vielfältig und man kann sehr, sehr viel damit machen. Auch Wahrscheinlichkeitstheorien, generell Mathe kann man viel machen, aber das soll nicht das Thema hier sein. Wir wollen das nämlich berechnen. Und zwar, was wollen wir denn machen? Naja, wir haben ein DataFrame mit zufälligen Werten. Übrigens, das ganze Rand N ist eine normale Verteilung. Deswegen kriegt ihr hier Werte, die teilweise schon sehr negativ sind und nicht nur zwischen 0 und 1 sind. Es ist eben in dem Rahmen zwischen 0 und plus, minus und endlich, wenn man es genau nimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es minus und endlich bzw. sehr, sehr negativ und endlich ist, ist halt doch sehr gering. Ähm, Normalverteilung eben. Also, was wollen wir denn machen? Wir wollen hier erstmal ein paar Infos bekommen. Das heißt, wir können hier statistische Infos bekommen über df.describe. Das ist das, was wir schon kennen aus dem allerersten Video. Das hatte ich da ja so mal gesagt. Okay, also, was wir hier haben, ist offensichtlich nur die Spalten 1 bis 6. Äh, 0, 1, 5 und 6. Ich würde hier mal vorschlagen, ich gehe mal auf drei Spalten runter. Dann kann man sich das Ganze besser angucken. Und dann sieht das so aus. Okay, wir haben also hier die Anzahl an Elementen. Der Count, ja, den kann ich natürlich auch so berechnen. Ähm, dazu kommen wir aber gleich noch. Also, der Count vom ersten, vom zweiten und, oder vom nullten, von der nullten Spalte, von der ersten und von der zweiten. Dann haben wir den Mean, den Durchschnitt. Der liegt immer relativ nah um 0 drumrum. Je höher wir diesen Wert hier übrigens setzen würden, desto näher wäre der Durchschnitt wahrscheinlich bei 0. Wir sehen hier, jetzt sind wir schon sehr, sehr nah bei 0 dran. Und das macht natürlich auch Sinn bei einer normalen Verteilung. Okay, der Standard, ähm, beziehungsweise der STD steht nicht für Standard. Ich spreche jedes Mal erstmal falsch aus, es tut mir leid. Standard Deviation meint das. Die Standard Abweichung, die sollte, je mehr Elemente ihr habt, immer näher Richtung 1 gehen. Denn das ist quasi der, naja, die Parameter für die Funktion Randend. Das ist quasi eine normalen Verteilung, wie gesagt, mit Standard Abweichung 1. Das ist einfach als Parameter gegeben. Das heißt, wie viel weichen die Dinger im Schnitt so ab? Ähm, und... Ja, so könnte man es vielleicht grob zusammenfassen. Genau. Der kleinste Wert, der in unseren Daten generiert wurde, war hier jetzt minus 4,38, minus 4,39 und minus 4,26. Äh, je höher ihr hier die Werte stellt, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering, dass sehr kleine Werte oder sehr große Werte rauskommen. Ähm, aber je mehr Werte ihr generiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit insgesamt, dass ihr mal einen solchen habt. Ähm, das 25% Quantil, das 50, das 75% Quantil, das sind statistische Merkmale sozusagen. Ähm, in diesem Fall, also man spricht von Quantilen hier. Man kann aber auch von Perzentilen sprechen, wenn es eben keine Quantile sind. Quantil heißt im Endeffekt so, 25% ist halt ein Viertel, ja. Ähm, und deswegen nennt man das auch so. Was das genau bedeutet heißt, ähm, wenn wir nur 25, also wenn wir die 25% oder die, den, das kleinste Viertel an Werten haben, wo liegen die dann? Unter welchem Wert liegen die? Und in dem Fall liegen sie unter minus 0,67. Wenn wir den Median haben, also den Durchschnittswert, ähm, wobei nicht ganz der Durchschnittswert, wenn wir 50% der Werte haben, wo liegen die, ähm, liegen, oder was ist der, ja, wo drunter, oder welcher Marke sind die alle? 50% von diesen Werten sind eben kleiner als das hier. 50% der Werte sind kleiner als das hier. Das ist der Median, das ist derselbe Wert hier. Es ist nicht der Durchschnitt, ähm, der Durchschnitt ist hier oben, der ist 0,0015. Der Median ist was anderes. Ähm, wie gesagt, der Median heißt 50% aller Werte, also 50.000 dieser 100.000 zufälligen Werte liegen unterhalb diesen Wertes. Ähm, und dann eben bei 75%, dasselbe halt mit 75%. Also 75% aller Werte hier drin liegen unterhalb von diesem Wert und 25% offensichtlich dann oben drüber. Ihr seht, die beiden Werte sind nah aneinander. So, das Maximum, ähm, sieht man hier und das ist natürlich jeweils unterschiedlich für jede Spalte. Wunderbar. Das sind so die ersten groben, ähm, statistischen Einblicke, die wir hier bekommen. Ähm, geht natürlich auch noch mehr. Das heißt, äh, wir können diese ganzen Funktionen auch von Hand aufrufen. Wir können hier Count aufrufen, wenn wir nur den Count haben wollen. Der liefert uns dann natürlich, hätte ich gedacht, den Count. Wow. Äh, ja. Aber, ich will euch ganz kurz da durchführen. Sum wäre die Summe über alle Werte. Das wäre doch mal tatsächlich was Interessantes. Das würde ich sogar mal gerne wissen, was da so rauskommen würde. Interessant. Ja, wir sehen hier, die Werte sind schon ziemlich unterschiedlich dann tatsächlich auch, ähm, für, für das, was wir hier haben. Also, wir haben hier wirklich 100.000 Werte, die hier zufällig generiert werden. Und der hier hat plus 82, der hier hat minus 365. Also, die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja, jetzt sind wir alle relativ negativ. Wie gesagt, die sind zufällig generiert, äh, nach der normalen Verteilung. Das heißt, da kann alles rauskommen. Ziemlich interessant eigentlich, ähm, was wir für Glück oder Pech haben. Ähm, Min wäre, wie gesagt, der Durchschnittswert, den hatten wir schon. Der, ähm, MAD, hat nichts mit verrückt zu tun oder sowas, sondern das ist die Min Absolute Deviation, falls ihr die mal braucht. Die ist normalerweise nicht bei Describe dabei. Die zählt nicht zu den Standardwerten, die immer berechnet werden. Ähm, dann eben MinMax hatten wir. Äh, Ups können wir natürlich berechnen, wobei das nicht wirklich eine, eine statistische Berechnung ist. Ähm, gut, Prod geht natürlich auch, wie gesagt. Äh, es gehen sogar so verrückte Sachen wie Skew, ähm, also halt die, ähm, die Sample, ähm, Skewness sozusagen. Das, äh, wir können uns gerne das Ding mal ausgeben. Wie gesagt, das hier soll kein Statistikkurs sein, sondern eben euch nur kurz zeigen, was ihr alles machen könnt. Also ihr könnt, ihr könnt quasi alles machen, was ihr statistisch euch überlegen könnt. Einfach df. eingeben und dann mal gucken, was ihr hier so findet. Ähm, okay. Speziell aber, was Min und Max zum Beispiel angeht, ähm, also ich möchte das nochmal ganz kurz zeigen hier. Das Minimum von unserem DataFrame liegt jetzt in diesem Fall, wie gesagt, das ist jeden Run anders, ähm, in diesem Fall bei diesen Werten hier. Wir kriegen das immer als, äh, einzelne Series zurück, okay. Aber, ähm, was wir nicht bekommen, also wir können jetzt natürlich hier den Wert auslesen. Was wir nicht bekommen ist, welcher Index hat denn dieser Wert? Also, was ist der Index von dem Ding? Ähm, und das geht durchaus. Wir können nämlich hier tatsächlich über IDX Max bzw. Min den Index rauslesen von unserem jeweils größten oder kleinsten Wert. Und wir sehen hier, die sind halt irgendwo, das ist klar, dass das zufällig ist. Ähm, aber dadurch bekommen wir eben die Indizes. Das heißt, wir können da auch, äh, das Ganze rauslesen. Wir können also die Spalte jeweils rauslesen. Achtet darauf, das sind, äh, die Zeile rauslesen. Ja, genau, das ist genau das, was ich meinte. Achtet darauf, wenn wir diesen Wert hier haben, ist das natürlich der Zeilenindex von dieser Spalte. Das heißt, der Index von 0 wäre der hier. Das heißt, ich müsste sowas machen wie DataFrame von 0, ups, von unserem Index. Also von, äh, df.idxmin, äh, von 0. Sowas müsste ich machen. So, das könnte ich jetzt hier von mir aus ausführen. Ähm, und dann würde ich den kleinsten Wert auch wieder bekommen, der in diesem Fall minus 4,6 wäre. Also, ähm, achtet darauf, dass wir hier natürlich den IDxmin auf die Zeile beziehen, weil wir das für jede Spalte separat generieren und nicht für alle insgesamt. Ihr könnt natürlich hiervon auch das Minimum ausrechnen, das ist klar, ähm, indem ich hier einfach nochmal Punkt Min macht. Ja, das geht natürlich auch, dann habt ihr das insgesamte Minimum über alles. Klar, ähm, und, äh, beziehungsweise, ja gut, in dem Fall hätten wir den kleinsten Index. Ähm, aber ich meine natürlich hier den Min und dann das Minimum, das geht selbstverständlich auch. Dann haben wir das insgesamte Minimum über alle Werte. Okay, was wir allerdings auch machen können und das ist was, was ihr häufiger brauchen werdet. Ich lasse das einfach jetzt hier mal stehen tatsächlich. Ich werde das aber so auskommentieren. Ähm, was ihr auch brauchen könntet, wäre vielleicht eine Art Histogramm. Histogramme sind super, äh, hilfreich, wenn man irgendwie sowas produzieren möchte. Und dazu gibt es eine Funktion, die nennt sich Value Counts. Ähm, wie gesagt, die zählt nicht, wie viele, ja gut, in dem Fall sind es vielleicht ein bisschen zu viele. Ähm, wir sollten hier vielleicht das Dataframe auch neu machen. Ähm, und zwar indem wir hier sagen, ähm, numpy random rand, ups, ach, um wem was wein, rand int. Ähm, und wir haben jetzt hier Werte von, sagen wir mal, 0 bis 42. Und geben hier eine Size von 1000 an. Dann können wir hier den Value Count durchführen. Also, wir können es immer durchführen, aber bei, bei Float Werten ist es halt relativ witzlos. Und können uns angeben lassen, wie hoch sind denn die einzelnen Werte. Ähm, ups. Ja, das sollten wir tatsächlich über eine Series machen, würde ich sagen. Und dann sollte das auch besser funktionieren, weil wir ja hier gerade kein Dictionary erstellt haben. Wenn ihr ein Dictionary macht, dann sollte das auch funktionieren. Aber so bekommen wir quasi hier eine Art, ähm, indexierte Sortierung rein. Ja, das heißt, wir haben die Zahl 23. Also, es ist auch tatsächlich sortiert, deswegen sind die Indizes vorne so kaputt. Ähm, und ja, wundert euch bitte nicht über die kaputten Indizes. Das ist einfach so. Aber wir sehen hier, die Zahl 23 kann man am häufigsten vor mit 35 Vorkommnissen. Die Zahl 25 hatte 34. Die Zahl 1 war 34 mal. Die Zahl 33 war 33 mal da. Wow. Zahl 10 war 31 mal und so weiter und so fort. Also, ihr seht, ähm, und die am wenigsten häufige Zahl war 19 mit 12 mal vorgekommen. Und damit haben wir eine Art Histogramm, was natürlich auch sehr cool ist. Und mit dem kann man natürlich auch sehr viel machen. Vor allem, wenn man das später dann darstellen möchte. Plotting. Ich, äh, greife jetzt hier schon mal ein bisschen vorweg vor der neuen Serie. Da ist, da sind Histogramme natürlich immer saugeil. Ähm, aber ja, das machen wir nach Pandas, wenn es ums Plotten geht. Davor haben wir allerdings noch ein paar andere Themen. Also, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.